Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge Faulty S5. Ihr wisst schon, ca. 5 Minuten, in denen ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an! Das Highlight der Woche, ganz klar, es war mal wieder Apple September Event, jedoch ohne neue iPhones. Die neuen iPhone 12er kommen ein bisschen später, wann weiß wieder nur Apple. Aber trotzdem hat Apple es geschafft, eine komplette Stunde mit, naja, wenigen Produkten zu füllen. Es gibt zwei neue Apple Watches, wobei die Serie 6 jetzt, also der richtige Nachfolger, den gibt es jetzt zusätzlich noch in Rot und in Schlumpfblau, in einem sehr dunklen Schlumpfblau und noch eine günstigere SE-Version. Neue iPads wurden auch vorgestellt, neues Basis-iPad ist inzwischen das achte, ist genau wie das siebener, alles, glaube ich, identisch, bis auf den verbauten Prozessor. Ist jetzt nicht mehr ein A10, sondern ein A12, sozusagen wie in den Airs vom letzten Jahr. Air ist eine perfekte Überleitung, denn es gab auch ein neues Apple iPad Air, das ist dann die vierte Generation, kommt erst im Oktober, alles andere gibt es jetzt bereits. Da war das Highlight, naja, USB-C, neues randloses Design, ein Fingerabdrucksensor oben in der Power-Taste, also was Neues. Vielleicht sehen wir das in Zukunft auch noch in anderen Produkten. Ich bin sehr überrascht, dass Apple wirklich wieder einen physischen Fingerabdrucksensor verbaut und das große Highlight, ja, auch ein neuer Prozessor drin verbaut, und zwar den A14, der erste seiner Art, 5 Nanometer. Huiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Da kann, also wenn man sich das mal so anguckt, da kann Apple sich echt auf die Schulter klopfen, was sie da so von der Hardware geschaffen haben. Aber das Highlight, was wahrscheinlich viele anspricht, es gibt die Dinger jetzt auch in einem sehr hellen Blau und auch in einem, naja, Minzgrün. Ja, zusätzlich die ganzen Software ist da, die vorher angekündigt worden ist. iOS 14 für die iPhones ist bereits runterziehbar, plus die neuen Widgets und hier über Short kannst du das Icon-Design selber machen. Ja, es sieht schon sehr interessant aus. Dann WatchOS 7, meiner Meinung nach noch ein bisschen verpackt und das Schlaftracking hier und da ein bisschen enttäuschend. Vielleicht hätte man da mehr erwartet. iPadOS natürlich auch. Was fehlt? Das neue macOS, das kommt noch später. Das war ja auch vorher noch nicht in den ganzen Betas, aber man braucht ja noch was, auf das man sich freuen kann. Wie unter anderem sehr wahrscheinlich das iPhone-Event und natürlich die versprochene Ankündigung der ersten ARM Apple Silicon Macs noch dieses Jahr. Und was fehlt uns dieses Jahr auch noch? Natürlich die PlayStation 5. Jetzt haben wir Preise und ein Datum. Die Amis kommen früher in den Genuss. Am 12. November geht es da los. Bei uns erscheint sie am 19. November und konnte bereits vereinzelt vorbestellt werden. Ich lag auch mitten in der Nacht, kurz nach Mitternacht ging meine Bestellung dann durch für den 19. November. Und was kann die PlayStation 5 bzw. was kostet sie? Eine PlayStation 5 kostet natürlich 500 Euro. Dann bekommt man auch ein optisches Laufwerk. Kann man darauf verzichten, dann kostet sie nur noch 400 Euro. Ganze Launch-Titel auch, naja, so richtig viel Überraschung gab es da nicht. Natürlich wieder viele Versprechen für frühere Titel, die dann ein Update auf die 5er-Generation bekommen werden. Und ich weiß, es ist früh vor und schon seit etlichen Jahren anscheinend geleakt. Aber ein Harry-Potter-Spiel. Ja, kommt aber erst 21 raus. Was auch vorgestellt worden ist, Oculus. Ja, wobei Facebook hat die Oculus Quest 2 vorgestellt. Ist aber uninteressant für uns, weil die hier erstmal nicht erscheinen wird. Kostet 300 US-Dollar. Und ich möchte da eigentlich nur festhalten, dass es nach wie vor noch VR-Produkte gibt. Es gibt auch noch neue VR-Produkte. Aber dass die sich in den letzten Jahren eigentlich für uns Endverbraucher nicht wirklich durchgesetzt haben. Apropos Endverbraucher. Auch noch eine sehr interessante Meldung. Wobei es ein bisschen darüber hinausgeht. Netgear. Das wird meiner Meinung nach in den nächsten Tagen Thema sein. Denn da wurde, glaube ich, gestern in lustigen Firmware-Notes bekannt gegeben. Wenn man das Webinterface komplett nutzen möchte für etliche Netgear-Produkte, dann mit dem Update, ich glaube 10.5.4 oder sowas war das, muss man sich bei Netgear registrieren. Es soll zwar möglich sein. Ich glaube, dreimal kann man sich einloggen ohne oder in die Einstellungen kommen, ohne sich zu registrieren. Aber danach fallen etliche Funktionen weg. Und das ist sowas, Netgear, also wieso? Also wieso muss ich, ja, also mal abwarten. Also ich blicke da auch noch nicht durch. Und wo ich auch nicht mehr durchblicke, ist die Trump-TikTok-Nummer. Das war diese Woche auch so, 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 so. Wir erinnern uns, Trump sorgt sich auf einmal um die Daten amerikanischer Bürger. Weil, auch wenn es ein US-Unternehmen ist, die Besitzer sind ja in China und auch wenn sie es total abstreiten, die Chinesen kriegen jetzt die Nutzungsdaten US-Amerikaner. Und das geht ja mal gar nicht. Daraufhin hat ja der Trump angesagt, ne, ich verbiete TikTok. Es sei denn, TikTok wird ein, oder das US-Geschäft von TikTok wird an ein US-amerikanisches Unternehmen verkauft. Und wenn wir dann auch noch ein bisschen Kohle für diesen Deal bekommen, weil ohne uns würde dieser Deal ja nicht zustande kommen, weil wir ihn erzwingen. Das kann man sich nicht, also das sind so Geschichten, das kann man sich nicht ausdenken. Aber es ist wahr. So, und dann hieß es ja zuerst Microsoft kauft TikTok. Dann hieß es letzte Woche bereits, nein, TikTok lehnt das Angebot von Microsoft ab. Dann war so eine Partnerschaft, eine Technologie-Partnerschaft mit Oracle vereinbart worden. Da gab es ja auch schon wieder die krassesten Wildwestern-Geschichten. Und dann heißt es, Walmart mich da auch noch mit. Dann hieß es vorgestern, nein, auch das ist vom Tisch. Diesen Sonntag wird jetzt TikTok verboten. Und dann war es jetzt in der Nacht so, nee, TikTok-Kommando zurück. Es gibt jetzt einen Deal, Trump erlaubt das Gerüst in Grundzügen. Also erstmal, das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Das Konzept, was jetzt auf dem Tisch liegt, führt dazu, dass Trump nochmal eine Woche sagt, okay, ich verbiete es TikTok noch nicht. Ihr habt jetzt nochmal eine Woche Zeit. Und sieht folgendermaßen vor, dass Oracle dann halt Technologie-Partner von TikTok wird. Das US-Geschäft die Datenabwicklung sozusagen übernimmt. Dann haben wir da den Datenschutz dann in amerikanischer Hand. Und was Walmart da macht, wie sie Zeug an TikTok-Nutzer verticken, habe ich noch nicht durchschaut. Also das ist der Punkt. Und dann war letzte Woche kam noch die Meldung, nicht nur noch TikTok, sondern auch WeChat. Und WeChat ist ja nochmal eine komplett andere Nummer. WeChat ist ja für Chinesen und einen Großteil da in Asien alles. Das ist ja nicht nur Kommunikationsplattform, das ist Entertainment-Plattform, das ist Bezahlplattform. Und da hieß es jetzt auch, das verbieten wir jetzt auch in den USA. Ja, da hat aber ein Richter gesagt, dieses Verbot wäre für heute dann. Nee, die wird jetzt erstmal nicht verboten. Das geht jetzt nochmal ein paar Tage so weiter. Aber das sind so Sachen, ich mag mir nicht ausstellen, wenn das mal andersrum so wäre. Wobei, naja, andersrum ist es ja. Die Chinesen lassen Google nicht zu, nicht YouTube nicht zu, etliche andere Sachen auch nicht. Und damit kommen wir schon zur Unterhaltung der Woche. Und ich hau mal wieder was Ungewöhnliches raus. Und zwar High Seas, dritte Staffel. High Seas, sag ich ja immer, ist so eine Mischung aus. Mord ist ihr Hobby, trifft auch reich und schön auf der Titanic, die aber doch nicht untergeht. Wobei, das könnte schon ein Spoiler sein. Vielleicht geht sie ja unter. Also das Schiff, es spielt auf einem Schiff in den 1940er Jahren. So, und erstmal das Traurige. Es wird keine vierte Staffel geben. Und anscheinend wurde auch die dritte direkt verkürzt, weil es gab nicht wie sonst acht Folgen, sondern nur sechs. Und das merkt man. Die ersten vier Episoden sind echt gut. Und dann fünf, sechs. Das ist einfach nur Mist. Wir müssen diese ganze Staffel, diese Serie sogar zum Abschluss bringen. Und das Interessante an jetzt Staffel 3 ist, nicht nur, dass es wieder aufs Schiff geht, sondern dass sie auch ein Szenario sind, das sie aber schon gedreht, also letztes Jahr gedreht haben. Ihr merkt es, ich möchte nicht zu viel verraten. Es ist eine relativ seichte Unterhaltung. Es ist ein komplett anderes Szenario, sag ich jetzt mal. Und ich fühlte mich wenigstens vier von sechs Episoden wirklich gut unterhalten. Danach habe ich mir die Hände geraufen und mir nur gedacht, warum, das hat diese Serie doch eigentlich nicht verdient. Was ihr aber verdient habt, ein neues QWERTY. Und das ist natürlich mal wieder was vom... Und damit sind wir auch schon am Ende. Das soll es gewesen sein mit VTiers 5, Folge 462. Ist vorbei. Euch allen einen guten Start in die Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das Highlight der Woche, natürlich. Es war Event... Es war Event... Das Highlight der Woche, natürlich.